Hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei der Mutti bei meinem heutiges Video in neue Folge 2 gegen 2 gegen Doppelzerk. Das schreit doch nach Schieß oder, Robert? Hm, das schreit echt nach Schieß gegen Doppelzerk. Das riecht nach zwölf Pool. Überflutete Stadt ist die Map. Into Bainlinge, into... Wir bashen alles weg. Doppelzerk, ja. Ich mach dicht, so ich... Da gehst du schon scouten oder was? Ja, ja, gegen Doppelzerk. Ach, ich bin nicht auf der Seite. Die Seite ist echt kack, ey. Und? Wir haben schon mal ein Turnier gewonnen. Wir brauchen mehr Mineralien. Noch kein Pool, kein Gas. Noch kein Pool, kein Gas. Noch kein Pool, kein Gas. Wir brauchen mehr Mineralien. Okay. Und trotzdem mal den Push machen und dann... Into... Makro. Wir brauchen unsere Verbindelungen. Wir finden sich im Karten. Wir brauchen unsere Verbindelungen. Wir finden sich im Karten. Wir brauchen unsere Verbindelungen. Wir brauchen unsere Verbindelungen. Wir brauchen eine Verbindelungen. Oh, jetzt kommen die vier Arbeiter. Das ist sehr gut. Vier Arbeiter habe ich abgezogen. Jetzt sind sie nur noch zwei. Komm mal. Meine Sonde. Wieder drei. Kannst du abbrechen. Dann brauche ich noch. So, Adepten werden jetzt gebaut. Wir müssen halt was kommen, ne? Geh mal von den Oberlox. Weiter im Pool fertig. Und Echsen. Und Linger haben sie. Eure Sonden werden angegriffen. Ehre den Dailan. Eure Sonden werden angegriffen. Oh, jetzt haben wir die Gold-Frei-Klücke. Okay. Ich könnte auch gleich ein Go machen rein. Ja, mir ist es egal. Ich habe vorne eine Echse. Die Echsen, oben nicht. Na, dann müssen wir noch ein Go machen. Komm mal jetzt, da. Hier ist eine Echse. Die Echsen werden auf siegen. Hier ist es in einer. Die Templer. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Verbündeten mit dem... Oh, da klingelt es. Unser umreicher Kampf hat begonnen. Das sehen sie aber, gell. Ja, und... Können sie doch. Unser Denken gleicht sich. Da, die bauen ja Dings. Die Templer rücken vor. Schön reingerannt. Auch noch mehr. Niemand kann uns aufhauten. Vorwärts. Niemand kann uns aufhauten. Vorwärts. Ja. Ja. Nur die Gläubigen. Für den Ruhm. Kommen wir einfach zurück. Nicht genügend Energie. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich kann jetzt gleich wegkuscheln. Werden auch siegen. Oh, die bauen Echo halt. Ähre den Daila. Ja. Die Frage, ob die Gold haben. Die haben alle anderen schon sehr saturiert, ne? Ja, die haben auch die Eko. Ja, das müssen wir jetzt auch gleich einen Go machen. Gold haben sie noch nicht, bauen sie aber grad. Oh, bei mir ist was drinne. Hopp! Ah, ist ja trotzdem da oben. Ihr benötigt mehr Respegas. Kasar ist im Flach. In Eilicht. Erklärt euch. Eure Krieger bekämpfen den Jettner. Oh, das hat jetzt ganz schön gekostet. Das könnte vorbei sein, müssen wir jetzt einen Go machen. Genügend Mineralien. Hast du Gas wirklich? Ja, ein bisschen, oder? Mit Dauerchen kommen wir da nicht raus. Das finde ich so bescheuert, ey. Das reicht mir aber nicht. Kasar, die Templar. Hast du Truppen? Ja, was hier vorne steht. Erleuchtet mich, versorgt. Ihr benötigt mehr Respegas. Was? Da sind wir jetzt auf jeden Fall durch. Wir können los. Wir werden auf siegen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Wie geht's. Das wird die Plage entdeckt. Wir haben uns nicht erneut. Gehen, komm nochmal. Und sind weggebasht. Ja, ja, viel zu viel. Bei uns sind sie hoch drin. Na ja, die sind gut. Kann man keine Chance geben. Komm mal rausgehen. Geh, geh. Das war nicht so schön. Das war einfach schlecht. Wir haben uns ordentlich weggeext. Oh, die waren auch nur Meister. Meister, auch nur DIA zu 1. DIA 1 zu 0. Schlecht gespielt. Ein anderes Meister. 4100 MMR. Wir haben uns wegblüllen lassen. Ich würde sagen, sehen wir uns in der Endcard. Genau. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020